Wie heißt du? Ari Allah. Das hier ist Privatgelände. Und das bedeutet, du musst hier weg. Na komm, Junge, mach keinen Scheiß. Du willst doch nicht verhaftet werden. Das weiß ich dann. Wohin willst du? Schau dich. Bin schon weg. Danke. Es ist nur traurig. Was denn? Dass die Kerle wie sie durch Gehirnwäsche dazu bringen, sich zu entmenschlichen, indem sie andere entmenschlichen. Und es ist traurig, dass Kerle wie ich nicht da sitzen dürfen, wo sie sitzen wollen. Okay, zieh ab. Big Brother beobachtet sie auch. Ich hab keinen Schimmer, was du meinst. Warum auch? Und zieh deine Hose hoch. Und zieh deine Hose hoch.